Hallo Sportfreunde, wie im letzten Video schon angekündigt, jetzt die Vorstellung der jungen Tauben, die jetzt am Wochenende im Internet-Taubenschlaf versteuert werden sollen. So, ich habe hier eine Täubin in der Hand aus dem ersten Paar, und zwar dem 151x77. Die hat ein sehr gutes Gleichgewicht. Eine Taube, die eigentlich von der Sache her, vom Alter her so weit ist, dass sie im Frühjahr auch dementsprechend angepaart werden kann. So, körperlich ist die Taube wie folgt ausgestaltet. Sie hat einen ganz engen Beckenschluss, sie hat einen perfekten Rücken, richtig stabilen Rücken, und hat eine ganz starke Muskulatur. Also, sie ist momentan, sie ist sehr gut in Schuss, momentan richtig aufgeschwollen, als ob man einen Ball in der Hand hat. Ja, das ist wahrscheinlich eine Täubin, weil im Geschlecht möchte ich mich nicht immer hundertprozentig festlegen. Ihr Flügel ist wie folgt, sie hat jetzt noch drei Federn stehen, Also, es ist eine Taube aus dem Sommer und könnte ohne Bedenken im Frühjahr angepaart werden. Und wenn man diese Tauben so nimmt und so hoch nimmt, dann sieht man richtig, wie diese Tauben vibrieren. Also, das sind schon Tiere, die von der Muskulatur her und von der Zirkulation auch des Blutes enorm gut sind. Sie ist sehr ruhig, aber das ist eine Taube, die man richtig gut zur Zucht einsetzen kann. Und entscheidend ist natürlich auch die Zucht, wie diese Taube gezogen wurde. Und das könnte er den Abstammungen entnehmen. So, das war alles, was ich zu dieser Taube sagen wollte. So, da würde ich gerne bei mir, da habe ich damals ein Bedeutiger vor gerade machen kann, ist die letzte Woche, aber da wäre gerade irgendwie跟ти gaat. So, da würde ich aber Carbon- hommes. So, daessaier Anfang.